Unser nächster Aufenthalt ist Köpflach. Dieser Zug endet hier. Bitte alle aufsteigen. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Unser nächster Aufenthalt ist Bernbach. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Unser nächster Aufenthalt ist Volzberg. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Krems in Steiermark. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Unser nächster Aufenthalt ist Geistfeld. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Kostendorf, die Gist. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Köppling. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Södinglowskirchen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Dockschallendorf. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Libor. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Plenstetten-Togelbad. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Unser nächster Aufenthalt ist Graz-Straßgang. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Graz-Wibli. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Graz-Deckelsdorf. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Unser nächster Aufenthalt ist Graz-Pövler-Verbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Unser nächster Aufenthalt ist Graz-Hauptbahnhof. Umsteigen zum Fernverkehr, zu den S-Bahnen und zum Stadtverkehr. Dieser Zug endet hier. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts.